Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit unserer FIFA 15 Ultimate Team Serie. Ja, der neue Bomber, die Serie, die sich um den guten Thomas Müller dreht. Wir wollen mit Thomas Müller so viele Tore wie möglich schießen. Und ja, der hat aktuell 26 Treffer gemacht und ja, 30 Treffer haben wir damit insgesamt mit Müller geschossen. Ja, mit dem 87er-End von Müller hatten wir auch 4 Treffer gemacht, das heißt, wir sind bei 30 aktuell. Zuletzt haben wir den linken Mittelfeldspieler austauschen können. Ja, wir haben zwar verloren gehabt, konnten aber einen Spieler aufwerten, da wir einen Treffer mit Müller gemacht haben. Und den hier haben wir uns geholt, den guten Traore von Borussia München-Gladbach. Denke ich, ganz guter Spieler für Ultimate Team, recht schnell, ja, angemessenes Passen und 84er-Dribbling, ganz guter Flügelspieler. Ich denke, als nächstes werden wir uns dann wahrscheinlich um die beiden Mittelfeldspieler hier kümmern. Mal schauen, aber erstmal müssen wir uns natürlich einen Sieg erspielen, beziehungsweise Müller ein paar Treffer machen. Das wäre natürlich ganz cool. Ich habe mir übrigens auch eine kleine Regeländerung überlegt. Ja, wir spielen ja jetzt schon seit geraumer Zeit immer die Online-Season hier. Und ich will da ganz gerne so einen kleinen Ansporn für mich dafür auch vernünftig zu spielen. Bisher haben wir einen Sieg und drei Niederlagen. Und ich habe mir gedacht, wir machen ein Bonus-Upgrade, wenn wir es schaffen, die Klasse zu halten. Dann machen wir drei Bonus-Upgrades, falls wir den Aufstieg hinbekommen. Und wir machen satte fünf Upgrades, falls wir es schaffen, den Titel zu gewinnen mit unserer Müller-Mannschaft. Ja, ich werde dann in Zukunft erstmal keine Spiele mehr spielen mit meinen anderen Mannschaften hier im Seasons-Mode. Sondern werde immer nur noch mit dem Müller-Team erstmal spielen im Seasons-Mode. Vielleicht, wenn ich dann mal privat Bock habe zu zocken, dann zocke ich irgendeinen anderen Modus. Das werde ich schon hinkriegen. So, hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal einmal Team-Training oder sowas. Und dann würde ich sagen, geht's ab, suchen wir einen Gegner und schauen mal, was heute so geht. So, da haben wir auch gleich einen Gegner gefunden. Wollen wir mal gucken, was das so wird. Weiß gegen blau, das sollte passen. Jetzt hat er wieder zum roten Trikot nochmal gewechselt. Er hat einen 4, 1, 2, 1, 2 oder so glaube ich. Ja, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ibarbo hat er vorne drin. Hemchik ist es, glaube ich, in ZOM. Oh Gott. Oh ja, gute Innenverteidigung. Damit Kellini und Kaseas ist es, glaube ich, der andere Innenverteidiger. Ich bin mir gar nicht so sicher. Wollen wir mal gucken. Ich hoffe, dass das nicht so eine Ruckelpartie wird. Das hat gerade schon so ein bisschen... Müller. Müller startet. Und Müller trifft. Jawohl. 1, 2, 0 hier an der Stelle. Und ja, großartig. Großartig. Da haben wir den Treffer gemacht. Und gehen damit in der 90. Minute in Führung. Müller mit seinem 31. Treffer. Großartig. Großartig. Ja, damit geht die Partie 1, 0 zu Ende. Seid mir nicht böse, dass ich euch hier an der Stelle nur das eine Tor gezeigt habe. Die Sache ist, die Partie war einfach so ein bisschen ruckelig und hat nicht so wirklich Spaß gemacht. Und ich möchte euch dann sowas da auch nicht so unbedingt zeigen. Hier nochmal die Statistiken aus der Partie. Fünf Schüsse aufs Tor. Beziehungsweise, ja, fünf Schüsse vom Gegner. Einen von uns. Den einen haben wir reingemacht. Haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ein Tor mit Müller natürlich. Heißt, es gibt ein Upgrade. Zwei Siege. Null unentschieden. Drei Niederlagen. Ich denke, wir machen gleich noch eine Partie hinten dran. Denn, ja, wie gesagt, ich wollte jetzt nur das Tor zeigen, weil, wie gesagt, die Partie war ein bisschen laggy. Und da hatte ich dann nicht so wirklich Bock drauf. Wir merken uns mal am besten. Beziehungsweise, wir können das jetzt auch machen. Wir suchen jetzt einen Spieler kurz raus und dann geht es gleich weiter. So, da sind wir dann wieder mit der neuen Mannschaft. Ich habe mal eben zwei Spiele rausgesucht. Ja, die erste Partie. Da habe ich jetzt ja nur das Tor gezeigt. Weil, wie gesagt, das war so ein bisschen so eine laggy Partie. Und ich hatte keine Lust, das jetzt großartig da in die Länge zu ziehen. Ich habe das Spiel jetzt einfach runtergespielt. Und, ja, wir haben das 1-0 gewonnen. Darum gibt es zwei Upgrades. Der gute Macchiardi wird uns verlassen. Und der gute Ronny. Und den guten Ronny können wir natürlich immer auf die Ersatzbank setzen. Dafür habe ich jetzt den Alexandru Maxim vom VfB Stuttgart geholt. Fürs ZOM. Und für die andere ZM-Position habe ich den guten Christian Gentner geholt. Ja, relativ defensiv, würde ich mal meinen. Relativ stark. Auch nicht ganz so langsam mit 64. Und, ja, das sieht doch auf jeden Fall denn jetzt mittlerweile ganz gut aus hier, unser Team. Ich würde sagen, wir hängen noch eine zweite Partie hinten dran. Und schauen mal, ob ich jetzt vielleicht einen Gegner finde, der nicht ganz so am Abruckeln ist und am Ableggen ist. Beziehungsweise ob ich eine Partie finde, natürlich. So, da haben wir einen Gegner gefunden. Und der Weiß gegen Weiß ist natürlich nicht so cool. Ich nehme darum nochmal das schwarze Trikot. Er spielt ein 4-2-2-2 was, glaube ich. Schauen wir mal, was er da so aufstellt. Ne, es ist sogar eine 5er-Abwehrkette. Okay, und eine gute 5er-Abwehrkette mit Basali. Kasseas ist es, glaube ich. Vorne hat auf jeden Fall Depay noch mit drin. Und, ja, die anderen sagen mir jetzt nicht so viel. Den Innenverteidiger würde ich vielleicht noch hinkriegen. Ich glaube, es ist... Ne, Piqué ist es nicht. Wie heißt er denn? Ist mir gerade entfallen. Ist mir gerade entfallen, der Barcelona-Innenverteidiger. Gut, schauen wir mal, was wir jetzt mit dem neuen Team hier gerissen kriegen. Wir spielen an der Enfield Road und, ja, auf geht's. Ich denke, jetzt können wir auch mal das Spiel hier so ein bisschen besser kontrollieren hier vielleicht. Ja, jetzt haben wir in der Mitte auf jeden Fall ein paar gute... Beziehungsweise im Mittelfeld ja ein paar gute Goldspieler. Beziehungsweise relativ solide Goldspieler, will ich mal meinen. Damit man dann halt eventuell auch mal das Spiel ein bisschen kontrolliert aufbauen kann, ja. Schön dazwischen von Santana. Noch mal zurück. Ja, spielt natürlich mit einer Fünfer Abwehrkette. Das könnte schwierig werden, da hinten durchzukommen bei ihm. Schön auf Bellarabi. Ja, da sieht man es. Steht er gut drin hinten. Müssen wir uns was einfallen lassen. Machen wir uns mal erstmal ruhig. Versuchen wir mal vielleicht spielerisch da ein bisschen was hinzukriegen. Nein, da vielleicht so ein bisschen zu locken. Jetzt auf Trauräder. Ja, schöner Ball nochmal. Bringen wir mal die Flanke. Und Müller kommt nicht ganz hin, schade. Gentner noch, ist noch heiß. Nur noch unser Ball. Und vielleicht Rudi mit dem Schuss. Ja, kam nicht schlecht. Wird hier gleich nervös, der Gegner. Macht hier kurze Pause. Wieder Ballbesitz. Gentner steht da ganz gut. Ist natürlich so ein bisschen auf Konto ausgelegt, seine Taktik. Da müssen wir auf jeden Fall mit rechnen. Wieder Ball auf Müller. Nochmal abgelegt. Geht wieder hinten rum. Gehen wir den durch? Auf Maxim? Ne. Okay, und jetzt kommt der Konter wahrscheinlich. Ja. Waren wir fast dran. Er zieht nach innen. Schöner Einsatz hier von ihm. Schöne Grätsche. Gibt jetzt den Abstoß. Beziehungsweise Abschlag. Okay, machen kurz. Er hampelt da so ein bisschen umher. War gefährlich, ne? Ja, das war gut gespielt. Wollen wir dazwischen, ne? Gut. Gibt Ecke. Was macht der draus? Ja, kriegen wir den rausgeköpft. Komm. Kriegen wir den da irgendwie raus jetzt. Müller ist dazwischen. Gut. Gibt Abstoß. Ah, der läuft ja jetzt genau dazwischen. Scheiße. Mit Deepai. Ah, zieht daneben. Da haben wir jetzt richtig Glück gehabt. Nein, der Deepai kann ihn natürlich auch mal ganz gut im Tor unterbringen. Das hier setzt sich da durch. Oh, das hat er gut geahnt. Genau da wollte ich hinlaufen, wo er gerade seinen Spieler dann hingezogen hat. So wird es auf jeden Fall dann nix. Ja, die Flügel. Komm. Johnson. Bringt die Flanke. Müller. Ah, ne. Kommt nicht ganz hin. Mascherano war es. Genau, das ist der Endverteidiger. Jetzt kam es mir wieder. Gut abgefangen. Komm schon, setzt nach. Gudin hat er auch dabei. Hat er den eingewechselt? Habe ich am Anfang nicht gesehen. Oh, das ist ein anderer Gudin. Der kommt gut. Die kann gut. Äh, Bambam. Die Flanke kam gut. Wirklich kann ihn da runterfischen. Das Spiel langsam ein bisschen offener. Weiß nicht, ob er da jetzt irgendwie was defensiver geht oder so. Dass er seine Chancen ausmalt. Gentner. Okay, legen wir nochmal zurück. Gudin. Einmal hoch. Auf Müller. Müller schießt und... Oh, was ist das denn? War das jetzt abseits oder was? Bin mir nicht sicher. Er zählt auf jeden Fall. Ich glaube, der Treffer zählt. Damit ist das der 32. Treffer von Müller. Jetzt schauen wir uns nochmal an hier. Ja, einmal schön durchgesteckt. Da hoch, drüber. Und dann so ein Kullerball da aufs Tor. Da ärgert sich der Müller schon. Und dann ist er aber doch noch drin. Großartig. 1 zu 0 hier also. Und damit gehen wir mal eins defensiver. Schauen, dass wir hinten dann stehen. Loch mal gleich was ausprobieren. Machen wir wahrscheinlich in der Halbzeit mal. Wenn er nicht noch einen Treffer macht hier. Na, schön abgefangen von... ...unserem Innenverteidiger. Traoré kann jetzt mal ein bisschen auf die Außen gehen. Okay, das hat er... ...da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Hat man, glaube ich, auch gesehen. Er zehrt da ein bisschen. Komme ich da nach innen? Ja, hat er gut gemacht mit Mascherane. So, machen wir mal ein bisschen nach hinten. Die Pai. Einmal abgelaufen. Beziehungsweise dazwischen mit dem Tackling. Ja, den haben wir gut rausgeköpft. Gut gemacht. Gentner. Ah, das habe ich irgendwie geahnt, dass er den holt. Nochmal der hohe Ball auf Müller. Kommt er hin? Kommt hin? Na, nicht ganz. Haben wir noch mit Gentner. Schönes Top-Pass-Spiel jetzt hier von den Jungs. Müssen wir nochmal ablegen. Rudy. Über die Flügel nochmal. Komm. Na. Schieß doch mal. Oh, der kam gut. Von Johnson. Okay, er macht's hoch. Müller müsste im Abseits gestanden haben. Die Pai. Mal drauf da jetzt langsam. Gut, den haben wir. Traurig. Hat ein bisschen Platz. Kann gehen. Nicht ganz so langsam. Aber sein Außenverteidiger auf jeden Fall auch nicht. Der gute Montoya. Nochmal auf Müller der hohe Ball. Klappt das? Hat der, ging ja schon einmal ganz gut. Aber das war eine bisschen bessere Situation. Na, dann wären wir fast dazwischen gekommen. Da ist der Halbzeitpfiff. 1 zu 0 hier also. Mit dem Treffer von Müller. Wir haben ganz gut Ballbesitz. Auch mehr Chancen rausgespielt. Wenig zugelassen. Ich denke, das geht bisher so klar. Ah, ich wollte noch was umstellen. Das habe ich jetzt vergessen. Naja, gut. Da muss es so weitergehen. Ich wollte nämlich, was ich machen wollte, ich kann es auch mal erwähnen. Ich wollte den Außenverteidiger mal anweisen, dass die hinten bleiben bei Angriffen. Damit wir da eine solide Viererkette haben. Vielleicht machen wir das jetzt nochmal, wenn wir gleich im Ballbesitz sind. Schön gemacht von Rudi. Müller. Müller kann jetzt ein bisschen Tempo aufnehmen. Ah, wird abgelaufen von Kassier. Das ist natürlich schwer gegen den. Ein guter Innenverteidiger. Was war das denn? Birki hat ihn. Gut, jetzt machen wir das mal eben. Schauen wir mal, ob ich das auf die Schnelle hinkriege. Wir haben natürlich nicht ganz so viel Zeit. Taktiken, Anweisungen sind es. Hier einmal. Hinten bleiben bei Angriffen. Und du auch hinten bleiben bei Angriffen. Gut. Und dann geht das weiter. Wir gehen kurz aus. Gefährlicher Pass. Hinterher nicht den Ball verlieren. Haben wir nochmal retten können. Ein Wurf gibt es für den Gegner. Die Pai wird ihn da hinwerfen. Ja, das war abzusehen. Ah, da waren wir doch fast dran. Schade. Johnson. Okay, das war abseits. So wie es aussieht. Gut, wir machen das. Ich bringe da jemanden ran. So. Gut durchgesteckt auf Müller. Haben wir den nochmal gut auf Müller gespielt. Ah, fast. Komm schon, da musst du doch hingehen, da. Der gute Maxim. Von dem haben wir noch nicht so viel gesehen hier heute. Aber die Flanke kommt gut. Ah, die Flanke kommt sehr gut. Über das Tor gelenkt. Glück gehabt an der Stelle. Wie macht er es? Macht eine normale Flanke. Okay, wir haben relativ große Innenverteidiger. Das sollte also klar gehen. Müller, den haben wir. Haben wir nicht mehr. Oben ist Platz für Traurie. Ja, zieht nach innen. Nochmal nach innen. Und bringt den Abschluss. Ecke. Ich würde ganz gerne mir da jemanden ranholen. Ah, da hinten, guck mal. Der steht doch da relativ frei. Aber wir machen es aber kurz. Legen jetzt ab. Gentner. Oh. Knappes Ding. Knappes Ding. Gegen den Pfosten geknallt. Das ist wie gesagt, ich glaube Gentner ist nicht so der Abschlussstärkste. Aber ich habe ihn da in erster Linie auch ein bisschen wegen der Defensive auch mitgeholt. Was hat das denn? Weil er natürlich defensiv relativ stark ist. Mein Geschmack für den Rüffeldspieler. Und grundsätzlich auch sehr solide Werte hat. Schön gemacht. Schön abgewartet und dann im richtigen Moment das Tackling gebracht. Jetzt mal den Laufbass auf Müller in die Spitze. Kommt jemand mit? Sieht nicht so aus aktuell. Können wir den Ball im Spiel halten? Ah, Bilderballverlust. Gut gemacht. Maxim, komm jetzt. Setz nach. Ja, haben wir noch. Gut. Ja, da hat es sich jetzt mal gelohnt, dass wir die Außenverteidiger hinten gelassen haben. Denn da konnte der natürlich gut mit ins Spielgeschehen eingreifen. Unsere Abwehrkette ist da relativ solide aufgestellt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Gut. Ah, ne, ich dachte Müller startet durch. Macht der nicht. Ja, die macht er, oder? Ne, Bürki lenkt die zur Ecke nochmal. Gut. Komm, schießt das Ding raus. Gut gehabt. Dann haben wir noch mal mit. Kommen wir da auf die Außen. Kann Fehler machen. Na, gibt Freistoß, wenn er da jetzt... Das haben wir ausgesessen, ne? Schöner Ball auf Traoré. Kann ihn aber nicht im Spiel halten. Jetzt haben wir mal eine schöne Spielöffnung. Na, über... Komm, Müller bietet sich an. Schicken wir ihn nochmal. Ach, Mist. Bleibt da liegen. Ich hoffe, der ist jetzt nicht verletzt. 80. Minute. Komm, kriegen wir den Sieg hin. Okay, versuch das Spiel zu verlagern. Müssen wir jetzt unten unsere Spieler haben. Schön defensivzentral orientiert stehen. Gut, haben wir. Die Chance haben wir abgelenkt erstmal. Oben ist Traoré. Vier Platz. Ach, kriegen wir... Ach, ich wollte die nach unten spielen. Da war... Bellarabi gut durchgestartet gerade. Ja, jetzt macht das gut. Das war gut gespielt. Und da ist der Ausgleichstreffer. Mist. Ach, Mist, Mist, Mist. Wollen wir doch nochmal ein bisschen offensiver mehr jetzt machen. Nochmal der hohe Ball auf Müller. Kann er den kontrollieren? Ne. Na, jetzt kommt er hier mit solchen Dingen an. Haben wir ja auch unseren Treffer so gemacht. Also würde ich mich da mal nicht beschweren. Schön gemacht. Ach, komm schon. Wieder ein Tick zu spät. Gibt's doch nicht. Ziem. Oben steht Traoré ganz frei. Na, kommen wir da irgendwie in die Mitte. Jetzt vielleicht auf Müller. Müller schießt. Oh, knapp. Ecke nochmal. Okay. Okay. Ja, nicht schlecht. Ah, 90. Minute. Komm, nochmal Ecke. Abgeschlossen. Ah, ungenau. Zu ungenau von Rudi. Da ist der Schlusspfiff. 1 zu 1 hier dann also. Die zweite Partie. Ich glaube, wir haben einen Treffer mit Müller gemacht, oder? Das heißt, es gibt wieder ein Upgrade. Das wird wahrscheinlich der Torwart dann sein. Denke ich mal. Ja. Wird höchstwahrscheinlich der Torwart dann sein. Schauen wir aber gleich nochmal rein. 1 zu 1 hier. Schade, dass wir das nochmal hergegeben haben. In der 86. Minute hat er noch den Ausgleich erzielen können. Ich denke, wir haben relativ solide gestanden. Wir haben auch relativ solide gespielt, meiner Meinung nach. Genau. Ein Tor von Müller. Das heißt, wir haben einen Upgrade. Einen Upgrade. Gut, gut. Machen wir weiter. Hier gibt's noch ein paar Münzen. Wie sieht's denn aus? Das interessiert mich jetzt nicht mal. Wir haben auf jeden Fall das Spiel gemacht. Mit 56% Ballbesitz. 68. Ne, 86% Passgenauigkeit. Zwei Dinge aufs Tor, äh, drei Dinge aufs Tor gehauen. Einen davon haben wir im Tor untergebracht. Der Gegner hat auch zwei Torschüsse. Ja, relativ ausgeglichen, will ich mal meinen, war die Partie. Relativ ausgeglichen. Gut. Ja, wie sieht's aus? Zwei Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Hm. Sieben, wir brauchen noch einen Sieg, ne? Brauchen einen Sieg aus vier Spielen, damit wir die Klasse halten und den Abstieg, äh, quasi komplett machen. Gut. Äh, ja, wie gesagt, ein Upgrade gibt's. Ich würd's sagen, wir machen hier noch das kleine Päckchen auf, so zum Abschluss. Und, ja, in der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, wer es sein wird. Wie gesagt, wahrscheinlich der Torwart, höchstwahrscheinlich der Torwart. Schauen wir mal, ob wir hier noch was Schönes drin haben. In dem wöchentlichen Päck, was ich da immer krieg. Und, ähm, ja, den gleichen, den gleichen Schrott wie immer, ne? Würde ich sagen. Gut. Also, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.